Du hast den besten Sitzplatz im Haus. Lass mal sehen. Oh, ist das so süß. Guti, guti, oh, oh. Ich glaub, da hat jemand ziemlichen Hunger. Ist das wahr? Hast du Hunger? Da weiß ich was für dich. Wie wär's mit dem Krabbenburger? SpongeBob Schwammkopf, bist du verrückt geworden? Das ist doch nicht das richtige Essen für so ein süßes, kleines Wesen. Du hast recht, ich hab wohl nicht richtig nachgedacht. So ein Baby braucht einen kleinen Krabbenburger. Also, so was ist mir ja noch nie passiert.